Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich sprechen über ein besonderes Wort, in 2. Timotheus 3, 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und dir vertraut ist. Sing dir mal, du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kent auf die Heilige Schrift weißt, kann dieselbe dich unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Jesu Christum. Denn alle Schrift von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung, in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen, zu allem Guten, der geschickt. Interessant, Paulus ist ein älterer Herr, ein älterer Bruder. Timotheus ist ein Jünger, der große Aufgaben bekommen hier in Epheser vorstellt zu sein, Leiter der Gemeinde. Ephesus, das war nicht nur Ephesus, da waren auch die Städte oder die Dörfer daneben. Und das war eine ganz besondere Situation. In dieser Gemeinde waren so unterschiedliche Leute. Da waren Griechen, da waren Juden, da waren Sklaven, da waren Sklaven, Besitzer oder Händler vielleicht sogar. Oder waren auch verschiedene Nationen. Und die sind alle jetzt in einem Raum. Und da erzählt man ihnen, wie soll man sein, leben wie Jesus. Und da sagt er, wie kannst du das tun, wenn du ständig in dem Wort Gottes bleibst? Als Kind hast du das schon gelernt. Er hat eine gläubige Oma gehabt, er hat eine gläubige Mama gehabt. Ja, und die haben ihn unterwiesen, er hat die Schrift schon gekannt. Nur man kann sagen, ich kann doch die Schrift, warum soll ich sie immer wieder lesen? Nein, er sagte, du sollst dabei bleiben, denn die Schrift ist von Gott eingegeben. Sie ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit. Dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu einem guten Werk geschickt. Deswegen soll er weiter lesen. Wenn wir lesen mit einem zerbrochenen Herzen, wir sagen, Jesus, wirklich dein Wort möge doch uns belehren. Das möchte uns nützlich sein, das möchte uns strafen, das möchte uns auch so bereiten für das Himmel, dass wir so sind für jedes Werk bereit sind. Sogar vollkommen, sagt er hier. Dazu ist das Wort Gottes, das man hier liest. Aber ich denke, jenes Mal war ja nur das alte Testament und es war so nützlich. Aber wir haben heute noch das neue Testament. Das ist doch auch etwas Besonderes. Ich weiß nicht, weil das alte Testament war mehr ausgerichtet auf die Werke, was man tun sollte, um gerettet zu werden. Und das neue Testament ist, dass wir glauben an Jesus. Denn wir werden gerettet nicht durch die Werke, sondern durch den Glauben an Jesus. Weil er uns alle Sünden vergibt. Weil durch die Beziehung mit ihm können wir in seiner Gemeinschaft leben. Ich weiß nicht, für mich ist es so wichtig, das erste Werk, das Jesus vollbracht hat am Kreuz, wo dieser Schecher am Kreuz gläubig geworden ist. Und er sagt ihm, heute wirst du noch mit mir im Paradies sein. Das war so eine Gnade. Schaut man, ein Mensch hängt am Kreuz, ein Räuber, ein Verbrecher. Und er aber sieht Jesu und er erkennt in Jesu den Sohn Gottes, einen Gerechten. Einen Sohn Gottes, der ein Reich hat, wo er der König ist. Und er sagt, wir sind seinem Kumpel, der auch daneben hört, wir haben verdient. Wir waren so schlechte Leute. Wir haben verdient diesen Tod am Kreuz. Den schlechtesten Tod. Die Nägel wurden immer durch Knochen durchgejagt. Die waren hier gehangen in der Sonne. Es war doch wirklich schrecklich unmöglich. Aber er sagt, wir haben es verdient. So schlecht waren wir. Aber Jesus nicht. Er sieht in Jesu diesen Gerechten und sagt, Gedenke an mich in deinem Reich, wenn du dorthin kommst. So ein Glaube. Und Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die ganzen Werke, alles Schlechtes, was er getan hat, wird er nicht mehr gedenken. Aber er gibt ihm sogar die Möglichkeit, in dem Reich Gottes zu leben und zu sein. Das ist das Neue Testament. Und ich denke, wir sollen das Alte Testament lesen, aber doch immer mehr an Jesus denken. Weil er sagte auch, also die macht dich selig, wenn du hier auch an Jesus Christus denkst, ja. Zur Seligkeit. Und da lese ich noch den Text aus Hebräer 4,12. So ist das Wort Gottes. Wenn du es wirklich liest, so liest, dass das Wort dich verbessern soll. Du musst es in einem demütigen Zustand nicht lesen, um die andere zu verbessern. Aber in erster Linie, dass das Wort dich verbessert. Als dieses zweitschneidige Schwert, das von dir alles Unnötige, was Gott nicht gefällt, abschneidet. Ja, dass du so wirst wie Eric, vollkommen für jedes gute Werk. Dass Gott für dich vorbereitet hat zu tun. Und deswegen ist es so wichtig, dass man im Glauben es aufnimmt. Dass es vermengt wird durch den Glauben, in unserem Verstand, in unserem Herz. Dass wir es so aufnehmen. Und dann werden wirklich ausgerichtet, die Gesinnung Jesu bekommen. So leben wie Jesus, seine Charakterzüge. Und das Wort, das hilft dir. Und das muss man weiterhin lesen. Wird euch auch mit ganzer Seele, mit unserem Verstand, mit Können, dass das Wort Gottes von uns aufgenommen wird. Und dass es uns Speise ist und auch uns verändert, sodass wir letztendlich Jesu ähnlich werden. Danke, Jesus, für dieses Wort, für die Bibel. Amen. 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 Amen.